Die Villa Carlotta ist eine Sommerresidenz aus dem 18. Jahrhundert in Trimezzo am Comersee, Lombardai, Italien. Sie dient heute als Museum und ist von einer großzügigen und mehrfach gegliederten Parkanlage umgeben. Sie war seit 1850 im Besitz des Fürstenhauses Sachsen-Meiningen, bis der italienische Staat sie nach dem Ersten Weltkrieg konfiszierte. Geschichte 1690 wurde unter dem Mailänder Bankier Diorgio II. Clerici mit dem Bau der Villa begonnen. Unter seinem Sohn Antonio Diorgio Clerici wurde sie vollendet. Als dieser 1768 verstarb, erbte die Enkelin Claudia Clerici die Villa. 1801 verkaufte sie die Villa an Gian Battista Somariva, der in der Cisalpinischen Republik eine politische Karriere anstrebte. Als jedoch Napoleon Francesco Melzi de Leri gegenüber ihm den Vorzug gab, endeten seine politischen Ambitionen und er widmete sich verstärkt dem Ausbau des Gartens und der Erweiterung der Kunstsammlung. Er starb 1826 und bereits 1838 auch sein Sohn Luigi. Das Erbe wurde zwischen seiner Frau Emilia Seiere und zahlreichen Verwandten aufgeteilt, so dass die Villa 1843 an Marianne von Oranien-Nassau verkauft werden musste, Prinzessin der Niederlande und von 1830 bis 1849 mit Prinz Albrecht von Preußen verheiratet. Marianne von Oranien-Nassau schenkte die Villa 1850 ihrer Tochter Prinzessin Charlotte von Preußen zur Hochzeit mit Georg II von Sachsen-Meiningen. Die Villa blieb im Besitz der Familie von Sachsen-Meiningen bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Sie wurde am 15. August 1915 unter italienische Staatsaufsicht gestellt. Der Intendant Max Wundel musste als deutscher Staatsbürger während des Krieges die Villa verlassen. Die Interessen der Eigentümer wurden vom schweizerischen Konsulat wahrgenommen. Um die Rückgabe der konfiszierten Villa entbrannte ein zwölfjähriger Kampf. 1921 teilte der Finanzverwalter der Provinz Como dem Verwalter des Eigentümers mit. Der gesamte Besitz sei in das Eigentum des italienischen Staates übergegangen. Der Wert der Villa wurde in der Schadensdarstellung seiner Hoheit, mit 8.762.500 Mark angegeben. 1927 erfolgte der endgültige Entscheid des italienischen Staates, dass die Villa aufgrund ihres hohen nationalen Wertes in italienischen Staatsbesitz überführt werde. Nach der Konfiszierung wurde die Ente Autonome Villa Carlotta gegründet, der sich um die Erhaltung und Pflege der Villa und des Gartens kümmert. Villa Die Villa, die von der Familie Clerici im klassischen Stil des 18. Jahrhunderts errichtet worden war, wurde im Direct Eure Stil unter Graf Sommarivar erneuert. Er ließ das Dach Gesims mit einer Balustrade und Vasen versehen, sowie den Riesalit mit einer Uhr über der Lotcha krönen. Die Villa steht auf der obersten von fünf Terrassen, die in den Hang angelegt wurden. Vom Seeufer führt eine doppelläufige Treppe mit dekorativen Balustraden über die Terrassen zur Villa. Das Innere der Villa ist heute ein Museum. Die Sammlung zeigt Nebenmöbelstücken aus der Zeit der verschiedenen Besitzer, Werke von Canova, Torwalzen, Migliara und Heiz der Garten. Die gesamte Parkanlage nimmt eine Fläche von ca. 8 Hektar ein und besteht aus unterschiedlichen Abschnitten. Unmittelbar um die Villa, zum Seeufer hin, liegt der italienische Garten mit geschnittenen Hecken und Pergolen mit Orangen- und Kamelienbäumchen. Den Hang aufwärts breitet sich der Rhododendron- und Azaleengarten aus. Der Bambusgarten bietet auf einer Fläche von 3000 m² über 25 Bambusarten. Die Familie Sachsen-Meiningen erweiterte den Garten um einen Steingarten und einen englischen Garten mit seltenen Bäumen und einer künstlichen Schlucht-Galerie.